Musik Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schömeier, Patriarch-Korruptions-Coach und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir mal, glaube ich, ein echt wichtiges Thema, wie du mit Liebessucht, wofür ich das immer nenne, stabile Beziehungen ruinieren kannst und ist, glaube ich, echt ein wichtiges Thema, weil wir sind da einfach, gerade wenn man ein schwieriges Kind hat, ist man einfach so anfällig für diese Sachen, das kann man sich echt gar nicht vorstellen und genau, München Praxissach ist noch ein Platz frei, Hamburg noch mehrere, wenn ihr mal live zum Seminar mit mir kommen wollt, einen Tag gibt es auf liebessucht.de, wie auch, den ganzen Kurs, wenn ich auch aus, ja, solchen schwierigen Mustern ausarbeiten willst, schau dir mal mein Kurssystem an und kannst du einfach anfangen, Modul 0, 1, 2, kann man einfach so durcharbeiten und guck nicht immer nur die Videos und jetzt gehen wir mal in die Mail, du kannst auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebessucht.de. Okay, ja, mein Name ist Androvic Gola, ich bin vor kurzem auf dich gestoßen, deine Arbeit spricht mich sehr an, ich würde mich freuen, wenn du auf meine Mail eingehen würdest, meine Geschichte beginnt vor circa 10 Jahren, damals war ich Mitte 20, ich habe ja, XY oder, jetzt gehen wir mal für den Namen, ich habe Hugo damals getroffen, auch in den 20 Jahren, den ich schon seit der Schulzeit kenne, fand ich immer sehr attraktiv, hatte aber kein besonders großes Interesse, da ihm ein gewisser Ruf voraus, alte, ja, nicht, dass du etwa auf Bad Guy stehst, ja, wir haben dann gefeiert, uns geküsst und sind zu ihm nach Hause, es war der beste Kuss meines Lebens, einfach nur, wow, so, jetzt geht es eigentlich schon los, er wollte keinen Hallenhalmer, da er es laut eigener Angabe mal anders angehen möchte, er sich mit mir was Ernstes vorstellen könnte und es nicht gleich wieder mit Bettsport versauen wollte, so seine Worte, so, also ich würde euch herraten, ich weiß, das sehen wieder ganz viele anders, aber ich würde euch herraten, ey, wenn euch ein Mann aufreißt, pick-upt, mit nach Hause nimmt und dann will er nicht mehr, glaube ich, schlafen, würde ich, solltet ihr schon denken, was zum Fick stimmt hier nicht irgendwie, ne, also, weil, ich meine, das machen wir dann normalerweise nicht, also wirklich, das macht einfach keinen Sinn, das hat er dich schon zu Hause und ist einfach immer so, immer wenn diese normale Progression, die darf ja auch viel langsamer sein, ne, ist es jetzt nicht, aber wenn die normale Progression im Dating-Kontext irgendwie, wenn die gestoppt wird, sollte man immer überlegen, warum, ne, das heißt, es ist nicht immer, dass das jetzt immer ganz schlimm ist oder so, aber, ähm, ist aus Sicht von 99% der Männern, äh, oder vielleicht nicht ganz 99%, aber macht es keinen Sinn, es macht einfach keinen Sinn, so, ne, und, äh, dann, ja, gut, gucken wir uns mal die Story an, die er dir dann erzählt hat, ähm, ach so, ja, hat er schon, äh, will sich nicht versauen, ja, wie gesagt, ich will ihm das jetzt nicht absprechen, dass er das auch so gedacht hat in dem Moment, aber immer, wenn, also immer, wenn Dating unlogisch ist, unlogisch ist, keinen Sinn macht, man irgendwie Kopf fick kriegt und denkt, scheiße, was, was geht dir ab, ist irgendwas, häufig irgendwas faul, nicht immer, aber man sollte dann schon mal die Handbremse anziehen, so, ne, so, ich musste das belächeln, hatte sowas von ihm nie erwartet, wir hatten großen Spaß, einen guten Gespräch, ja, du hast es jetzt so aufgenommen als, wow, er ist nicht nur ein Bad Boy mit dem gewissen Ruf, sondern auch noch ein Gentleman, der verzichtet jetzt hier und, ähm, das heißt, er hat ihn sogar noch Pluspunkte gebracht, ich wäre vorsichtig in so einer Sichtweise, ne, also aus heutiger Sicht, mein Gott, was ich alles in 20 Jahren gemacht habe, aber wie gesagt, geht ja nur darum, davon zu lernen, ne, zwei Tage später hatte er mich so weit, dass wir uns ein weites Mal trafen mit seinen Freunden, um ein Eis zu essen, äh, es war lustig und gemütlich und beim Abschied ziemlich romantisch, das Wochenende war rückblickend ganz besonders und magisch, er hatte mich in seinen Bann gezogen, ja, das nennt man ja, weiß nicht, ob das in Deutschland so geht, im Englischen Stand-Man ist immer so Limerence, äh, diese extreme Verliebtheit, leider, 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 immer oft kein gutes Zeichen, es ist sicherer, wenn das, also gerade, wenn man, wo kommen wir später noch zu, wenn man weiß, dass, oder vermuten muss, man hat ein angeknacktes Windows-System, sagst immer wieder, keine Beziehung fängt so gut an wie die falsche, ne, aber gut, ich will euch auch nicht machen, es macht natürlich Spaß, wenn das Dopamin so richtig reinkickt und das Vasopressin und das Adrenalin, aber gut, ähm, muss dabei stehen, dass nämlich dieser ganze Mindfuck, den ich, äh, den ich Betrieb einiges dazu beigetragen hat, ja, weil er sich inkonsequent verhält und da, da geht die Scheiße schon los, das ist schon, reicht schon manchmal, dass es ein Auslöser ist für so liebessüchtige Momente, dass, warum, wenn man jemanden gut findet, warum, warum das, warum jenes, das in fast allen Beziehungen, toxischen Beziehungen ist dieses Kopfkratzen, drüber stundenlang drüber nachdenken, weil es einfach, diese Dinge einfach keinen Sinn machen, so, ne, äh, wenn man sich die tollen Momente mal wieder vor Augen führt, entsteht ein Fantasiekonstrukt der großen Liebe und Leidenschaft, ja, das sehe ich genauso, das war mir schon immer bewusst und trotzdem habe ich mich da emotional voll reingelassen, ja, ist ja auch menschlich und man muss es ja auch erst lernen, mit seinem Gehirn irgendwie umzugehen, so, ich meine, ich glaube, denke jeder, äh, viele haben es ja schon als Teenager, so, erste liebessüchtige Beziehungen, also, das, da knallt es ja noch viel mehr rein und, wie gesagt, das ist auch nicht immer jetzt, oder ich sage es mal andersrum, diese Möglichkeit zu liebessüchtigen Dating und Beziehungen, die haben wir alle drin, ne, weil, ich will jetzt nicht wieder auf die ganze Biologie eingehen, aber wir haben das bei uns drin und bei anderen kommt es mehr raus oder, oder, es richtet mehr Schaden an als bei anderen, aber wahrscheinlich haben wir das alle mal erlebt, ne, also, so, zumindest in der Pubertät und so, ähm, und, ja, deswegen muss man nachsichtig mit sich sein, ähm, gehörst du uns allen auch irgendwo dazu, ne, ja, wir wohnten damals zwei Autostunden voneinander entfernt, durch seinen Beruf war er viel im Ausland, ja, jetzt geht es schon wieder los, ne, eigentlich wie schon, das erste Date, wie eigentlich fast immer, setzt schon das, die Storyline jetzt fort, ähm, nicht verfügbar, ne, weiß man jetzt schon, wenn man das hier liest, so, ne, oder kann man sich zumindest, sollte man sich zumindest auf seinen Zettel schreiben, sein Tagebuch, uh, könnte nicht verfügbar sein, äh, habt ihr nichts mehr von ihm gehört, obwohl wir uns nach dem nächsten, ähm, Großsportereignis, er arbeitet bei Großsportereignissen, internationalen, in drei Wochen wieder sehen wollen, so, das heißt, er hat hohen Status, wenn mir jemand hohen Status geben, also für dich hohen Status, ja, wird es immer noch wahrscheinlicher, dass man sich so, äh, Limerence-mäßig verstrickt, ne, wo man denkt, boah, das ist jetzt Megamatch und Wahnsinn, dämlich haben, aber wie gesagt, alles menschlich, ne, kennen wir auch alle, nach einer Woche schrieb ich ihm, ob er denn kein Interesse mehr hätte, so, jetzt bist du schon, obwohl der Mann die Dates machen soll, ne, fängt es ja schon an, ihm hinterher zu laufen, warum, weil du ihm so einen hohen Status gibst, ist ja auch verständlich, also, du hättest sowas früher auch gemacht und, weiß nicht, vielleicht wird man es manchmal auch noch machen, aber es ist okay, es ist, aber man sollte immer so in der Zukunft, wenn man es mal verstanden hat, immer einen Teil seines Bewusstseins mitlaufen lassen, er sollte so draußen sein, er sollte sagen, okay, was mache ich hier eigentlich, was mache ich hier eigentlich, was mache ich hier eigentlich, ah, ich, ich melde, warum, ich melde mich bei ihm, obwohl er doch Interesse haben soll an mir, ne, ja, ähm, und er antwortete, als wäre das, ist das Selbstverständlichste der Welt, dass wir ja Ehreinteressen ausgemacht haben und er sich schon sehr darauf freuen würde, also in der Art, wie du schreibst, kann ich vermuten, dass du das alles viel zu unkritisch siehst, so, ne, weil du findest es ja irgendwie immer noch gut und polar und was ich auch verstehen kann, aber, äh, Polarität ist halt nicht alles, ne, letztlich, ähm, ja, ja, das ist schon die zweite Sache jetzt nach dem, ähm, verweigerten Bettsport ist, was irgendwie komisch ist, so, ne, wenn man sich jetzt einen gelungenen Datingprozess vorstellt, so, ne, aber, ähm, ja, bis hierhin ist es trotzdem alles noch, ja, alles natürlich keine harten, richtig harten, obwohl das mit dem, mit der eurer ersten Arme finde ich schon krass, aber, so richtig harte Fakten, vor allem Mitte 20 sind das bestimmt noch keine harten Fakten, ne, so, wir schrieben ein paar Minuten her und das war's dann, er kam zum vereinbarten Treffen und es war die Po-Leidenschaft, ich muss natürlich auch sagen, ihr hattet ja schon mal was ausgemacht und, dass er sich, muss er sich auch nicht zwingend dauernd melden, also bis hierhin, ja, okay, okay, äh, nach einer Nacht setzte er mich quasi vor die Tür, da er plötzlich arbeiten musste, ja, gut, ich setze das allerdings fort, das ist komisch, äh, ich war aufgelöst, drei Wochen später kam ein Wochenende zu mir, allerdings nur einen Tag, wieder alles ganz toll, leidenschaftlich, magisch, danach wie vom Erdboden verschluckt, ja, also jetzt, spätestens jetzt beginnt halt dieses heiß-kalt-Ding, ähm, was halt liebessüchtig macht, das ist einfach so, ne, kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden, vor allen Dingen, wenn man eine Neigung dazu hat, die du vielleicht hast, ne, äh, na, also vom Erdboden verschluckt heißt ja auch, meldet sich nicht, ne, vier Tage darauf in der Nacht, ein scheinbar betrunkener SMS, dass er nicht wisse, dass er mit seinem Gefühl machen soll, er sei so geflischt von mir und dass der Bettsport der beste seines Lebens gewesen wäre, hm, okay, Notiz von mir war jetzt nicht schlecht, aber ich hatte schon besseren, mich verzauberte er das drumherum, die Leidenschaft, die Küsse, die Berührung, die Gespräche, der Bettsport war das Einzige, das ich jetzt nicht so als besonders wahrgenommen hatte, darum ging es mir nicht. Ja, also wie du schreibst, kann man auf jeden Fall sehen, dass du voll drin warst jetzt hier und auch wenn du es jetzt von heute schreibst, dass du es auch nicht so ganz kritisch hinterfragt hast vielleicht, was verständlich ist, wie gesagt, ne, alles gut, ähm, und ich kann es auch verstehen, dass man da so reinrasselt, aber letzten Endes, ja, ist ja halt instabiles Dating, heiß, kalt, plus eine Neigung von dir vielleicht dazu, ähm, ich glaube, wir kommen gleich auch noch zu deiner Kindheit, ja, schon ist die Suppe am Dampfen, ne, oder besser gesagt, nicht die Suppe, äh, die K-A-C-K-A-E, K-A-C-K-E am Dampfen, ja. So, ähm, wollte die große Liebe, nach drei Wochen später haben wir uns beide eine Woche Urlaub genommen, nach zwei Tagen bei ihm musste er plötzlich wieder beruflich verreisen. Ähm, mir war klar, was gespielt wurde. Gut, einen Tag später hat er mir jedoch geschrieben, dass er bei seiner Ärztin war, weil er keine Luft bekam und sich um Panikattacken handeln würde. Er kann das mit mir nicht weiterführen, weil sonst einer von uns verletzt würde und dass es die falsche Zeit ist für uns und dass er mir nichts bieten könnte. Gut, bis hierhin finde ich, ja, man muss ja Leute auch erstmal kennenlernen, aber jetzt, ich weiß mal hier natürlich, ähm, ja, ist vielleicht noch nicht mal so richtig Bad-Guy-mäßig, aber, äh, es scheint ein großes Thema mit Nähe und Bindung zu haben und, ja, jetzt denkt man vielleicht noch, habe ich zumindest auch in den 20ern, in den 30ern nicht auch, äh, dass man das, äh, vielleicht irgendwie retten könnte und man ihn ja nur rauslieben müsste, aber, ja, ähm, jetzt kann man sich halt denken, man hat so ein Bindungsängstler eingefangen und dass er mir das vielleicht nicht gut tut, so, ne, also wie gesagt, ich finde das in der Zukunft hier jetzt nochmal sowas passiert und er sagt es ja sogar noch, ne, äh, das war drei Monate nach unserem ersten Date, ja, ich kann immer wieder sagen, Leute, sucht Dating-Prozesse, es sollte einfach nichts schief gehen, die ersten Monate, ne, die Probleme kommen noch früh genug, es sollte einfach kontinuierlich sein, regelmäßig, äh, Progression sollte stimmen, es sollten keinen Kopfschmerzen auftreten, Gedanken-Kopfschmerzen, warum jetzt dies, warum das, äh, beide verknallt, es geht vorrat, sowas sollte man suchen, aber ich weiß, das ist natürlich alles schwer heutzutage. Da war mir schon klar, dass der Bindungsgestört sein musste, finde ich schon sehr bewusst, ähm, in den 20ern, muss ich echt sagen, was ich angesichts seiner Kindheit kein Wunder ist, für mich stand fest, dass ich da nicht mehr mitmachen würde, Bombe, sehr gut, er meldet sich nach einem Monat wieder, meinte, die Gefühle sind einfach, die Gefühle sind einfach zu viel für mich, äh, aber gut, es ist wahrscheinlich, was er auch fühlt, ja, er hat ja auch, meine, hat ja auch jetzt insofern, also das gemacht, was ihm halt möglich war, ich meine, er hat dich jetzt nicht verscheißert, sollte wir das wissen, und, ähm, aber diese Aussage macht für mich keinen Sinn, das ist so, diese ganzen Sprüche, lass uns Leichtigkeit leben, ich weiß nicht was, weil, wenn ein Mensch richtig verliebt ist, dann will er Nähe haben und dann sind die Gefühle auch nicht zu viel, also, das ist, das ist, eigentlich gibt's sowas nicht, also, das ist, also, das macht auf irgendeine Art, äh, richtig sein, aber letzten Endes ist er nicht so verliebt, dass er dich da ständig sehen wollte, ne, ist einfach so, ne, ähm, er ist so verwirrt, möchte nur sein Leben genießen und mich um ihn haben, ja, also, das ist natürlich jetzt dieser ganze, äh, das ist schon so ein typischer, äh, Bindungsängstler, Sprech, aber das erleben die die ja auch so, ne, vor, zurück, vor, zurück, und muss man annehmen und sich überlegen, kann ich damit dealen, aber wenn ich diese Geschichte bis hierhin sehe, würde ich zu dem gleichen Schluss kommen, nee, das tut mir nicht gut, ne, aber klar, man möchte ja immer wieder Benefit of the doubt, ne, jetzt hoffen, dass es dann doch irgendwie sich ausspielt, aber, naja, ähm, er hat mich leider noch ein paar Mal mit ihm getroffen, ich wollte eigentlich eine Erklärung haben, dass ich das damals nicht verstanden habe, was da mit uns passiert ist, ja, das macht so viel, äh, ungesunde Bindungen, wie die es immer wieder wissen, warum, 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 das ist ein großer Teil von Liebessucht, so, ne, er hätte scheinbar auch nicht kapiert, habe mir da noch meine Gefühle gestanden, habe ich nur deswegen getan, damit ich es später nicht bereue, es nicht getan zu haben. Aber, ja, alles gut, mir war schon klar, dass ich ihn damit in die Flucht schlagen würde, aber es war mir zu dem Zeitpunkt egal, völlig richtig, daraufhin ist er, wie wäre es anders zu vermuten gewesen, wieder abgetaucht, er wollte nach einigen Wochen wieder losen Kontakt, habe ihm aber nicht zugelassen, alles gut, äh, einige Monate später wollte er eine Aussprache, letztlich habe ich dem zugestimmt, einen Tag vorher, aber abgesagt, boah, wie schrecklich, ey, da jetzt eine Freundin, da jetzt eine Freundin hätte und brav sein müsste, so sein Wortlaut. Gut, also auch das, ja, ich habe jetzt beim ersten Oberfliegen gar nicht gesehen, ey, es ist total in Ordnung, es kann passieren und ist ja auch ehrlich und, ja, äh, ist ja auch interessant, dass es, dass ich, ja, okay, wahrscheinlich erlebt ihr das Gleiche. Über Social Media bekam ich dann diese neue Frau in seinem Leben präsentiert, was mich schon sehr verletzt hat, der mit mir nie eine Beziehung oder ähnliches eingegangen ist. Ja, also das hätte ich jetzt auch gedacht, aber, naja, also das doch ja, so verliebt war er scheinbar doch nicht, ne? Diese neue Beziehung hielt etwa ein Jahr, habe dann den Kontakt etwas verloren, war mir ordentlich mehr wichtig. Gut, trotzdem muss ich zugeben, dass mein Selbstwert sehr darunter gelitten hat, da ich wirklich sehr stark verliebt war. Wenngleich mir schon relativ zu Beginn klar war, dass diese Liebe mit Ablauf versehen war. Ja, verständlich. Ich glaube, man muss auch ein bisschen älter werden, dass man so versteht, dass das eigentlich mit dem Selbstwert alles nichts zu tun hat und dass man einfach nicht so viel drauf geben sollte auf dieses emotionale Chaos. Ich glaube, aber davon muss man, glaube ich, auch so ein, manche raffen das vielleicht früh, aber es braucht, glaube ich, auch ein bisschen Lebenserfahrung, so, also war zumindest bei mir so. Trotzdem hat er sich so ins Zeug gelegt, ne, er wollte, er hat sich nicht zu deiner Freundin gemacht. Also er hat sich nicht so ins Zeug gelegt und sprach von der großen Liebe, konnte es zu Beginn ja kaum glauben. Ja, das ist dann auch leider doch irgendwie, auch wenn er es nicht so gemeint hat, ist es in der Konsequenz auch, ja, Lovebombing, eigentlich auch ein bisschen Future-Faking und Worte und Taten passen nicht zusammen. Ich will es nicht sagen unbedingt manipulativ, weil ich weiß nicht, ob er das wirklich jetzt in irgendeiner Weise extra macht, aber ja, da kommt jetzt natürlich eine Red Flag nach der anderen angeflogen, ne. Er war zwar nett, aber nicht spannend, schrieb immer wieder gleich, na, ne, sorry, jetzt habe ich zu weit gelesen. So, jetzt kommt der große Zwitsch, nämlich lernte dann einen Mann kennen, der mich zu Beginn nicht wirklich interessierte. Er war zwar nett, aber nicht spannend, er schrieb immer gleich zurück, war verlässlich, aufmerksam, ähm, nicht mein Fall, Smiley, ja, wie schrecklich, boah, ekelhaft, oh Gott, ist ja biererlich, der Typ. Also, verlässlich, aufmerksam, schreib zurück, ist ja wirklich abs, also was für ein ekelhafter Mann. Ich drehe gleich durch hier, ey. Sofort der Polizei melden, ne. Äh, verrückt, ich weiß, wir wurden Freunde und zwischen uns entwickelt sich langsam eine Liebe, die so tief und schön ist, wie ich es nie erwartet hätte. Wunderbar, zwar ohne Feuerwerk zu Beginn, sehr unspektakulär, aber sehr beständig, er ist heute mein Ehemann, wir haben Kinder und sind schon seit, ähm, ja, dieser Zeit glücklich miteinander. Keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, aus meinem Muster auszubrechen, stehe normalerweise auf dem Typ Arschloch, den ich jagen muss. Äh, so, bis hierhin können wir jetzt da denken, boah, geil, musstest gar nicht groß was tun, hast trotzdem scheinbar Bindungssicheren getroffen, hast das nicht weitergemacht, ähm, ist ja auch super, also wirklich Hut ab, dass du das hingekriegt hast, äh, hast acht gute Jahre gehabt, ähm, was kann jetzt noch schief gehen? Schauen wir mal. Äh, das Universum ist schon manchmal echt spaßig. Ähm, so, mir ist erst seit zwei Wochen, mir ist erst seit zwei Wochen, seit ich deine Videoschau bewusst geworden habe, dass ich offensichtlich unter Verlustlangst leide. Machen wir nochmal Hinweisen auf den Verlustlangstkurs, der bald rauskommt, gibt es noch zum Frühwochabheiß. Äh, der Hugo ist nämlich seit einem Jahr wieder in unseren Nachbarort gezogen. Ach, du Scheiße, echt. Und wir laufen uns öfter mal den Weg. Das macht was mit mir, jedes Mal. Ich vermute, dass es sich um Liebessucht handelt. Ja, du bist da wirklich erstaunlich bewusst eigentlich, muss man wirklich sagen. Ist nur jetzt so schwer drauf zu handeln dann auch, ne? Ähm, weil es mir immer ziemlich reinkickt. Das Dopamin! Ja, das kennen wir doch. Ich will das endlich vergessen und los haben, es beschäftige ich mich mehr, als ich möchte. Es geht hier nicht um eine Affäre oder Ähnliches. Ich möchte es gerne auflösen und bearbeiten. Ja, aber da muss ich jetzt sagen, das kannst du nicht mit ihm bearbeiten und vor allen Dingen nicht, ähm, während du ihn siehst, ne? Das ist wie, wenn man vom Alkohol loskommen will und will das mit Korn bearbeiten. Das funktioniert nicht, ne? Das ist wirklich, äh, Feuer mit Benzin bearbeiten, so, ne? So, und jetzt schauen wir doch mal, das ist wirklich auch eine gute Lehre, glaube ich. Ich glaube, das kann so leicht passieren, wie du da so langsam reinrutschst, ne? Dachte mir vor allem, Wunder, es ist vielleicht gut, mich mit ihm zu treffen. Das ist meiner Ansicht nach, ich kenne dich nicht, ist das die Liebessucht, die da, die dann sagt, Mensch, triff ihn doch mal. Kann doch nichts passieren. Wir wollen doch nur reden. Aber das ist dann, da muss man wirklich so bewusst sein, dass man so merkt, boah, nee, das ist, sorry, das ist wieder Dopaminhausen hier und, oh, nee. So, weil jetzt brichst du quasi, weil du hast dir das nie so auffällig, aber jetzt brichst du den Nullkontakt und, ähm, ja, und gerätst wieder in den Bann dieser Geschichte, so, ne? Und dann sagt, ja, kann man doch mal treffen. Kann doch mal, ja, jetzt habe ich acht Jahre kein Alkohol getrunken, kann doch mal wieder einen Schluckskern nehmen. Jetzt ist es wieder auch rumverständlich, aber sehr gefährlich, ne? Und ich sage ja auch, ich sage es ja ungern wieder, keine Dreiecke, da ist ja jetzt noch nicht viel passiert, aber, naja. Jetzt kann er dir natürlich wieder diesen ganzen Müll erzählen, das ist halt das Problem, ne? Schauen wir mal, was er denn gesagt hat. Und, äh, da ist ja nie zu einer Aussprache gekommen. Hab das auch mit meinem Mann besprochen, der zustimmte. Boah, mega. Also, ich muss wirklich sagen, Hut ab. Ähm, aber hätte, ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte nicht zugestimmt, aber, naja. Er kannte ja meine Geschichte, hat mich, hat dann am Vormittag, äh, zum Kaffee getroffen, weiß er nicht, er ist erstaunlich reflektiert, weiß, dass er ein Bindungsthema hat, hat auch Therapie begonnen und wieder abgebrochen, da er diese Gefühle nicht aushalten kann. Also, die in der Therapie auch nicht, oder was? Okay, äh, er möchte hier Familien, nur leider kann er keine Nähe zulassen. Ja, dann war es vielleicht nicht die beste Idee, Therapie abzubrechen, aber, gut, wir wissen ja nicht, warum. So, letztlich, äh, und es wäre schwer, eine Frau zu finden, die all das mitbringt, was ich habe. Oh, jetzt geht das Love-Bomben wieder los, ey. Oh, das finde ich aber echt nicht fair, ne? Er weiß doch, dass du in einer Ehe bist, dann, jetzt geht das wieder los, das Gesülze, ey. Und wieder ist es so, er geht nicht auf dich zu, du gehst auf ihn zu und er macht eigentlich gar nichts, ne? Und sozusagen, er wartet nur, bis du kommst und dann schwalt er dich voll und deswegen sage ich immer wieder, lass die Männer die Dates machen. Also, selbst hier, also, es ist so, so eine gewisse Gefahr, wenn die Frau immer die ganzen Schritte machst und, klar, er hat dich aufgerissen damals, aber danach machst du quasi jeden Schritt und er macht gar nichts und das ist irgendwie nicht gut, ne? abgesehen davon, dass du jetzt freiwillig bist und Kinder hast, genau. Aber jetzt kommst du wieder in den Bann, dieses Gequatsche und ich weiß, wenn man so, äh, diesen Modus hat, äh, und es ist nicht komplett aufgeräumt, was du nicht mit ihm aufräumen kannst, dann, äh, ist man so anfällig wie dieses Gequatsche, ey. Ey, oh, das ist einfach ekelhaft. Ähm, ich meine, wenn er dich so gewollt hätte, warum hat er dann die andere Freundin gehabt? Also, das finde ich jetzt schon ein bisschen manipulativ, muss ich wirklich sagen, ne? Äh, er wollte nur mich, ja, warum hat er dann die andere gepimpert, mal ehrlich, ja, sorry, ich muss mal ja vulgär werden, aber das riecht mich einfach mal auf, ey. Ich weiß jetzt, dass er das jeder erzählt, aber ich will es nicht wahrhaben, ja, das ist genau das wirklich von ihm, was er das jeder erzählt, genau. Okay, das finde ich jetzt schon sehr manipulativ, ja, ich will glauben, dass er wirklich nur mich wollte, er meinte, ihm ging es genauso, ich lasse ihn nicht los, er denkt oft an mich, wie es gewesen wäre, ja, warum wollte er dann nicht einen Kaffee mit dir trinken, das macht einfach alles keinen fucking Sinn, das ist komplettes fucking Lovebombing, das ist nicht gut, wie es gewesen wäre, wir wären zusammengeblieben, ja, aber es geht ja nicht, er kann ja keine Nähe zulassen, er bereut es, aber er meinte stets, dass er mich nie glücklich gemacht hätte, er hat es ja so bereut, dass er nicht mit dir zusammengekommen ist, sondern mit der anderen, ja, und dich jetzt auch nicht angesprochen hat, äh, so, also es kommt ja wieder nichts von ihm, so sehr bereut er das, äh, dass er mich nie glücklich gemacht hätte, das stimmt allerdings, da er die Beziehung sabotiert hätte, wie er es immer machen würde, ja, also eine gewisse Bewusstheit ist bei ihm ja auch, muss man ja wirklich sagen, nur warum quatscht er dich dann jetzt wieder so zu, ne, das ist echt nicht fair, ne, äh, er wäre schon immer ein Arschloch, wäre auch wieder sehr, sehr, ehrlich, und da muss man als Frau wirklich aufpassen, dass man nicht das Polar findet, sondern dass man einfach sagt, ja, okay, danke, dass du es mir gesagt hast, und tschüss, und nicht denken, boah, das ist aber cool, das ist aber cool, dass er so sagt, so, boah, voll cool, ich bin ein Arschloch, ähm, aus reinem Selbstschutz, ja, äh, das habe ich ja gestern bei mir schon gesagt, die Menschen haben immer, das ist auch absolut menschlich, immer Begründung für sich, warum sie auch manchmal asozial ist, ob das jetzt schon asozial ist, weiß ich nicht, aber die haben immer ihre Begründung, ne, warum sie komisches vor allem machen. Er braucht seine Freiheit, folgt seinen Gefühlen, er lebt nur einmal. Ja, da war alles okay, aber ich, es passt eigentlich zu seinem Video gestern, es ist nicht empathisch, dass er dich jetzt wieder so reinreißen, obwohl du in einer Beziehung bist, dann soll er das doch, äh, und, weiß nicht, dann soll man einfach, nicht jeder Frau sagen, sie ist die eine, soll man jeder Frau sagen, hey, du, äh, hallo, du bist die 571ste, und nach dir wird Nummer 572 kommen, in kurzem Abstand, just saying, also, muss er den Frauen, die er datet, vielleicht, das wäre fair, denen auch klarzumachen, hey, das ist jetzt bitte zu kurzfristig sein, ne. Was mich erstaunt hat, ist, dass er sich an viele Details zu einer kurzen Zeit erinnern konnte, ach, come on. Ähm, nachdem ich gegangen war, war ich tief traurig, fühlte eine lebende Trauer. Ja, du spielst echt mit dem Feuer hier, also, das ist nicht gut, glaube ich. Wie Heimweh, nur schlimmer. Ja, das ist diese ganze Liebeschiff-Scheiße, ne, konnte es nicht deuten, als ein paar Tage später, äh, mein Vater, der ein ganzes Leben lang schwer alkoholabfängig war, nach fünf Jahren Abstinenz wieder zu trinken, begann, stürzte sich ab, und er fühlte erneut diesen Schmerz, und deiner Mutter, äh, ging es auch nicht gut, das klingt jetzt aber nicht, oh Gott, das hört sich alles gar nicht gut an. Ähm. Da wurde mir klar, es ist ein oder derselbe Schmerz war. Ja, äh, es ist jetzt wieder krass vom Universum. Ähm. Gut, das, ja, Universum lassen wir jetzt mal raus, aber, äh, es ist eigentlich, passiert deinem Vater das Gleiche, was dir gerade passiert, kann das sein? Krass. Wobei dein Vater, äh, wie gesagt, will er jetzt nicht alles vorlesen, hier ein krasses Live-Event hatte, es kann dann auch passieren, dass man dann wieder anfängt zu trinken, das ist eben so, ne, ist auch echt schlimme Geschichte. Das ging um wahr, nicht im Hugo, sondern um das Vaterthema immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, äh, ja, also alkoholkranke Elternteile sind Eintrittskarte. Dass man auf meinem Kanal landet, so, ne. Äh, ja. Diese Erkenntnis ist ja Wahnsinn, äh, weil ich, also auch im Hugo's Fall nicht gut genug war. Äh, die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Ich würde es ganz so gerne loslassen, da darfst du ihn nicht treffen, ne. Nurkontakt ist schwierig, da ich ihn oft sehe. Ja, sorry, das, dann wohnt ihr halt im gleichen Dorf, ja, mein Gott, natürlich ist da ein Nurkontakt möglich, dann sagst du guten, guten Tag und sagst ihm einmal durch, ich möchte ähm, ich bin verheiratet, ich möchte das hier, möchte mich nicht mit dir treffen, tut mir auch nicht gut obendrein und möchte gerne, dass du das respektierst. Wird er, glaube ich, auch und, äh, und das war's und dann ist es durchaus ein Nurkontakt, ne. Äh, ich mag ihn auch echt gerne als Freund, er ist nicht dein Freund, er versteht mich, wir haben viele Parallelen aus der Kindheit, ja, aber, äh, ist ja schön, aber du bist leider ein bisschen verknallt in ihm wahrscheinlich schon wieder und dann ist nicht viel mit Freundschaft, das wissen wir doch alle, ne. Außerdem finde ich das auch nicht freundschaftlich, dass er so mit dir kommuniziert, ist schon ein bisschen subtil, aber ich finde es nicht, nicht so toll, muss ich ehrlich sagen, ne. Äh, er hat mir auch bei unserem Treffen sehr geholfen, da er viel Erfahrung hat mit, äh, kranken Familienstrukturen. Such dir einen anderen Freund, bitte, ey, es gibt auch andere Menschen, die, äh, dir weiterhelfen können oder mach mal sowieso, das ist ja doch viel, was da ankommt, vielleicht machst du auch mal selber Beratung, Therapie oder so, falls dir das gut tut oder für dich stimmig ist oder in Frage kommt, kann ich jetzt nicht sagen, aber, ähm, oder suchst mal jemanden zum Reden, weil da kommt ja schon viel zusammen hier, was auch vielleicht bei dir aufgearbeitet werden möchte, so, und, ähm, boah, ist schon krass alles, ey, und ich möchte auch echt nicht, dass du da in diesen, so einen, diesen Sumpf, diesen Sumpf reinrutscht mit einer echt gut funktionierenden Ehe, ey, mach das nicht, echt, also es gibt nichts, was einen schneller komplett auf den Boden bringt als liebessüchtige Beziehung, ey. Und, äh, wie gesagt, ich weiß, das ist jetzt nicht so offiziell, es gibt, Liebessucht ist keine offizielle Diagnose, ist ja auch gut, muss es auch nicht, ist okay, ähm, aber sieh mal die Parallelen zu deinem Vater, so, ne, ich hänge auch immer noch ein bisschen, das kann ich jetzt aber leider hier alles nicht vorlesen, ähm, frage mich nicht, ob du nicht auch, nicht nur deinen Vater, sondern auch du gerade ein krasses Live-Event hattest, äh, das könnte auch ein Grund sein, warum dich das gerade wieder so, äh, zieht, diese liebessüchtige Geschichte, ähm, weil das ist wie so eine Selbstintoxikation mit körpereigenen Drogen, so, und das, und dann will man, ach, ich will da gar nicht drüber nachdenken und, ach Gott, ich stürze mich jetzt in diese Affäre und, ach, will alles loslassen, äh, echt, äh, ich denke, vielleicht ist es für dich genauso wie für deinen Vater so, ne, hab ich aber jetzt auch nicht so mehr präsentiert verstanden, ähm, deswegen ist es auch nicht, nicht, äh, vorlesbar hier, ähm, vielleicht ist es auch, dass dein Vater wieder trinkt ein Live-Event für dich, könnte auch so, ne, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das, äh, nee, ich möchte, vorgestern hat er mich angeschrieben, wie es mir nach einem Treffen geht, dass er oft an mich denkt, und er war ehrlich gesagt, aber ehrlich, aber mich gerne weitersehen, möchte gern freundschaftlich, boah, oh, das wäre schrecklich, ey, das finde ich nicht fair, also, komm, das, äh, macht euch doch nichts vor, Leute, ey, ihr wisst, worum es geht, wieder schon die Hormone schön köcheln lassen, ist ja auch, macht ja auch Spaß, aber es ist halt, muss, darf, über den kurzfristigen Spaß muss man einfach an die Konsequenzen denken und du bist immer noch, ich glaube nicht, dass dein Mann jetzt das weiß und du bist immer noch in der Ehe, ne, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass deine Affäre nicht abgeneigt wäre, mhm, und du, glaube ich, auch nicht, ich weiß, das ist furchtbar, aber ich würde ihn auch gern weitersehen, da er mich versteht, das ist echt, das ist wirklich mit 200 auf einer Nebelfahrung in der Autobahn fahren, was du da machst, ist dein Leben, aber, also, deine Entscheidung, das musst du wissen und, weißt, ich würde auch immer gucken, was ist mit deiner Ehe los, ist irgendwie langweilig oder ist jetzt wirklich nur, dass es nicht aufgearbeitet ist oder so? Aber ich kann, ich dachte, ich nehme auch mal diese E-Mail, weil das, glaube ich, so leicht ist, dass man da wieder reinrutscht und vielleicht rutscht er auch schnell wieder raus, aber dann, ja, musstest du deinem Mann vielleicht eine Affäre beichten und was weiß ich und vielleicht geht eure Ehe kaputt und, ich meine, wir sind hier, um Fehler zu machen, aber auch, um daraus zu lernen und du hast, also ich weiß auch nochmal, hinten auf mein Video, jeder hat nur eine Chance verdient, er hat seine Chance gehabt und er hat sie nicht genutzt, also ich kann nur sagen, lass es, lass es los und mein Rat ist, trifft dich keine fucking Sekunde mehr mit ihm und keine Kontakt, kein SMS, nix. Und überlege mal, was gerade los ist und warum, warum dich das so kickt hier und mach da die Arbeit, wo auch immer du was machst irgendwie und, aber lass jetzt nicht dein wirklich völlig normales, schönes Leben ruinieren von so einem Mist, das wäre wirklich mein Rat. Warte. Ich weiß, es ist furchtbar, aber ich würde ihn auch gerne heute sehen, dass ich mich verstehe. Die Machtverhältnisse haben sich umgedreht, die haben sich, die war noch nie umgedreht. Er ist am Schaltknopf und ich finde es nicht gut von mir, dass es mir gefällt, dass er jetzt sieht, was er hätte haben können. Ach, das ist so nur Ego, Leute. So möchte ich nicht sein und ich finde es nicht fair, mein Mann gegenüber. Absolut. Mir so viel den Kopf drüber zu sprechen. Ja, noch ist ja nicht viel passiert. Wenn das jetzt loslässt, ist ja, bist du ja fein, ne? Musste ich mir auch nicht alles sagen, was in dir vorgeht, aber dafür musst du wirklich das jetzt abbrechen, ne? Gleichzeitig ich ihn gerne als Freund vergisse. Aber weiß aber nicht, ob mir das überhaupt jemals möglich wäre. Nee. Keine Freundschaft mit Leuten, zu denen man liebessüchtig ist. Jetzt auf keinen Fall, der etwas mit mir trägt, vielleicht in 20 Jahren. Nein, lass es los. Auch nicht in 20 Jahren. Nee, man muss diese Menschen wirklich loslassen, ne? Jetzt ist auch kein Front gegen ihn. Ich habe gesagt, was mir nicht immer gefällt, aber für dich solltest du das loslassen, weil er dich wirklich runterreißt, ne? Es gibt so viel Energie bei drauf, die ich lieber bei meiner Familie hätte. Ja. Trotzdem muss ich gestehen, dass er mir seit zehn Jahren in meinem Kopf ist. Ja, das ist aber nur, weil es ist schon eine ungewöhnliche Sache, weil du es nicht aufarbeiten musstest, weil du dann plötzlich jemanden getroffen hast. Krass, wirklich. Aber, meine, wie gesagt, kannst du auch mal meine Kurse gucken. Also Arbeit ist für dich auf, aber nicht mit ihm. Ja. Also ich hatte ja auch in meinen 20 Jahren so eine krass liebessüchtige Beziehung und habe da auch viele, viele Jahre noch dran gedacht und von geträumt, weil mir es aber auch damals nicht klar war, wie krank das eigentlich war, so, ne? Habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, in meinem dritten Buch, ähm, und, äh, raus aus toxischen Beziehungen und, ähm, erst nachdem ich das nach weiteren Erfahrungen verstanden hatte, wie ich da eigentlich so ticke, äh, ist auch diese erste Beziehung bei mir vom Podest runtergeflogen, so, ne? Und das ist hier aber nie, du hast dich nie vom Podest gestürzt hier, ne? Das müsste halt noch passieren, ne? Ähm, weil es wird immer wieder so sein, dass, also dieses, was sich da ausgespielt hat, wird sich zu 99,999% immer wieder ausspielen, ne? Ähm, so, meine Meinung. Wie kann es sein, jetzt, da ich in einer tollen Beziehung nenne, dass ich mich trotzdem noch so quält und verfolgt, ja? Also, wenn du in einer SLAA-Gruppe wärst, würdest du dich da nicht drüber wundern, also Sex and Love, Addiction, non-nimmers. Das ist Alltag für Menschen, ja, Alltag will ich jetzt nicht sagen, aber es ist absolut nichts Ungewöhnliches für Menschen, die mal liebessüchtig waren und jetzt in einer sicheren Beziehung sind, dass es Momente gibt, wo man wieder versucht ist, ne? Manche haben es vielleicht auch gar nicht, aber, ähm, dass es nichts Ungewöhnliches, ne? Sagt aber überhaupt nichts drüber aus, dass er jetzt irgendwie die bessere Wahl wäre, ganz im Gegenteil, dass er die schlechtere Wahl ist. Und, äh, ja, es ist scheiße, es ist scheiße, dass man auf diesen, man möchte so gern diesem ganzen Dopamin nachgehen, aber es ist halt kurzfristiger Spaß und langfristig wird man es wahrscheinlich bitter, bitter bereuen, ne? Würde mich da mal Antwort freuen, welchen Kurs könntest du mir empfehlen? Ich bin ja nicht gefühlt, alles zu tun. Ja, guck auch mal, dass du da vor Ort vielleicht mit jemandem redest, dem du vertraust und, äh, äh, ansonsten, ja, für dich Modul 0, Modul 1 auf jeden Fall als Start, äh, Modul 2 auch und dann kannst du ja gucken, ob du noch weitermachen willst. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Macht die folgenden Kurse, Leute. Wie. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017